hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge hier auf meinem channel zackone graffiti und es ist an der zeit mal wieder danke zu sagen danke für 10.000 abonnenten hier auf youtube und das wäre glaube ich auch nicht möglich gewesen ohne viele leute die mich unterstützt haben und da habe ich mir mal ein paar namen zusammengeschrieben grüße gehen raus an sechser a.k.a. posch an saver an bia an minze an momo an geck an zocker an oxygen an dud paintings an schein zwölf an uweko an klein an rebelle saleh an talis an das one am ben one vom wildstyle shop berlin an fren an jutty a.k.a. crax an schiller an zillak an zack an nadine an stocky an knops an klick an 15 stock an abraham an celtics an saga schmierer an kama an jamalien an das one an micha toby toster travis bw crew onkel dose crew 3d lk crew kreativ manufraktur decent master g eugen schramm andrea künstle zenk reiner kreuz bernd phil dj burned aka ospo 808 und money germany und an max und heute habe ich mir gedacht könnte man ja auch mal ein bisschen welle machen für das ganze weil ich finde 10.000 abonnenten ist schon eine kleine welle und deswegen mache ich heute zusammen mit dem dud paintings für euch mal welle komme her bro und was machen wir heute an welle heute eine schöne riesen welle schöne big wave die auch tatsächlich so gibt es also die ganzen wellen die ich bisher gemacht habe die sind tatsächlich auch vorhanden sind die größten wellen die es halt auf der welt gibt und da werden wir heute was an die wand zaubern ja schön alles klar dann fangen wir auch mal an bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal So, jetzt haben wir mal ein bisschen Welle gemacht und ich denke mal, also ich bin ganz zufrieden. Wie sieht es mit dir aus? Ja, Bälle laufen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr zu dem Bild sagt und vor allem auch, was ihr euch sonst noch so wünscht, was man malen sollte. Und ja, du bist ja aus Fuerteventura aktuell und fliegst auch morgen, übermorgen wieder zurück, wegen einem Auftrag. Und ja, also wenn eure Eltern oder ihr irgendwie ein Häuschen auf Fuerteventura habt oder so und ihr sucht jemanden, der euch da schön gestaltet, so im Beach-Stil oder im Surf-Stil, dann sprecht den Kollegen an. DudePaintings, wie kann man dich erreichen? Am besten über die Internetseite, DudePaintings.com. DudePaintings.com, hau ich auch in die Videobeschreibung und dann habt ihr einen guten Maler vor Ort, wenn ihr es dann braucht. So, ich sag danke fürs Zusehen, danke, dass du am Start bist. Danke dir. Bis demnächst. Auf jeden Fall. Ciao. Auf jeden Fall.